Musik Draußen ist der Skalschneid in den brennenden Herzen. Musik Draußen ist Weihnachten, eine ganz bessere Zeit. Draußen ist Weihnachten, die Menschen macht es sich bereit. Ich bin schon so aufgeregt, nur noch achtmal schlafen, dann ist endlich Weihnacht. Ja, das war mir auch schon sehr genau. Wo kam das Teilbüsch hin? Ich sehe schon alles ganz genau vor mir. Kehrt mich zum Weihnachtsbüscher, mal zum Weihnachtsbüscher, Verpflichtung, Entschuldigung, irgendwo muss der Tag überrascht. Und ich will mir Schämpfe und es tut den Nachbarn auch. Helfen Sie mich gern, dass du das bist. Ich bin schon so aufgeregt, das Ball ist Weihnacht. Genau, es dauert mich dran. Wenn das stille Nacht da geht, wollen wir uns verschenken. Wollen wir an das Jesuskind in der Krippe lenken. Alles feiern, wenn eine ganz bessere Zeit. Alles feiern, wenn die Menschen wachen, sie sind und wer weiß. So, fertig. Wie schaut er aus? Wunderschön. Unser Stern kommt nicht hin. Es wird höchste Zeit, dass wir mit Sternen die Kirche geboren. Alle müssen zeigen, dass wir uns in der Krippe lenken. Und der Sternsatz wird noch Dinge mit Sternen. Wie soll denn sonst vielleicht will, wie wir uns Jesuskind in den Krippe lenken? Also los, ab und die Hirn sind. den Krippe lenken. Das war's. 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 Warum? Warum? Dann frag ich noch. Schau doch mal nach oben, wie es auf diese Welt zugeht. Überall grüß und gewalt für süßes Leben wird dort wieder in ihren Lüchten gesiegt, und unsere Erde wird ausgebreitet und nicht gestört. Unwetterwerke wurde und mehrererwerke erwischt. Und die Abgasen verzeugen unsere Luft. Finden und Wetter stehen, und mit Wasser verspürt unsere Länder, und so viele Menschen sind vor allem in dieser Zeit sehr, ja, sehr, sehr beeindruckend, nur zu den Menschen. Und da kommt uns allerersten, wieso wir sich reingeschaut? Ihr habt recht. Über sowas habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, wir waren ja wirklich verzweifelt. Wir können jetzt nicht alles machen, aber ich habe keine Idee. Nein, bitte keine Idee. Sag nur, du wirst schon wieder ein Stück von unseren Weihnachtsstern geschenkt. Lass uns überhaupt nicht mehr fragen. Nein. Sie sollten ja in der Schule ein Aktionsdach sein. Unter dem Motto, Abgasen, Bahn, Bahn, Bahn. Ach so. Das ist eine tolle Idee. Und ich dachte schon. Aber weißt du, ich darf mich zu erinnern, dass die Wochen einen in den nächsten Welten verloren sind. Lass dir nicht, dass es gerne mein Geld dabei geben wird. Ich wusste es. Es ist doch nur ein kleines Stück hin. Aber das könnt ihr unseren Gemütschülern erklären. Schaut doch mal wieder aus. Lass uns diese für die Veränderung haben. Danke, Herr Autohmeinheit. Wir werden sie fortgegeben, weil wir neben uns setzen. Und wir haben noch zu unserem Aktionsdach eingehen. Aber längst damit kommt nur die Pfade. Danke. Danke, dass ihr uns ein Stück euch sterben geschenkt habt. Einfach nur zu sagen, dass es noch was zu tun muss, wenn man die Wettbänder nimmt. Danke, Herr Autohmeinheit. Schaut sie mir euch an. Sollen wir uns lang, durch die Sterne und Bethlehem hatte ich noch nie gesehen. Jetzt, wir haben ja nicht was da. Auweil, wir sind schon viel zu spät dran. Das reine Turnier in der Kirche hat schon längst begonnen. Und das ohne den Sterne und Bethlehem. und das ohne die Pfade der Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Die Kirche Musik Vielen Dank.